hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge fluss news ja langes jahr ist die letzte folge aus dieser serie kam aber ich dachte bringe ich mal wieder so was mich zurzeit so bewegt mal zu einem video ja schon zwei wochen ist her dass das wieder gebracht hat mein virtual audio cable video ist es anscheinend nicht so wahnsinnig gut angekommen hat gerade mal das als ich 25 klicks oder so aber mein gott falls jemand noch wissen will wie er den ts sound oder skype sound aus seinen gameplays rauskriegt da kriegt er die erklärung dazu noch immer noch kein battlefield 4 review ganz einfach ich habe seit ja seit einem guten monat kein battlefield mehr gespielt weil es irgendwie bei mir nicht so richtig laufen will mir auch nicht so viel spaß macht das gab es gestern battlefield 3 kostenlos beziehungsweise gibt es auch noch bis montag ich schätze einfach mal dass die meisten zuschauer das spiel sowieso schon haben deswegen dieses nicht so weit weiterhilft aber solltest du noch nicht wissen und das noch nicht haben jetzt ist die gelegenheit dazu alles natürlich ohne premium und dazu werde ich meinen senf auch mal noch abgeben aber erst mal möchte ich auch meinen senf zu battlefield hardline abgeben was ja jetzt offiziell angekündigt wurde nein ich werde hier jetzt kein informationsvideo mehr bringen was da alles kommen wird fahrzeuge waffen und so weiter da sind ja schon die videos aus allen löchern gekrochen gekommen und ja das braucht man wirklich nicht noch eins also falls jemand noch nicht über battlefield hardline bescheid wissen was es da geht dann verweise ich einfach mal auf max fps point for gamers und so weiter meshed und alle möglichen haben da ein video dazu gemacht und ja da kann man das gut erklärt haben eine ganz kurze zusammenfassung kann ich euch schon auch kurz geben nämlich es wird ein battlefield sein das wohl an einem sehr urbanen umfeld spielen wird mit wenig fahrzeugen bzw leicht gepanzerten fahrzeugen keine panzer keine helikopter oder nur so transport helikopter keine jets und nichts sondern halt so eine art bad company multiplayer schätze so ein bisschen in die richtung nur halt ohne panzer und dafür mit mehr leicht gepanzerten fahrzeugen so in die richtung denke ich mal kann man sich das ungefähr vorstellen das ganze soll sein polizisten versus terroristen ja und da werde ich meinen senf dazu abgeben was ich davon halte erstmal wovon ich gar nichts halte ist dass das spiel bereits jetzt in diesem herbst rauskommen soll ich will einfach nicht dass battlefield jedes jahr auf neues rauskommt ich weiß das spiel wird von einem anderen entwickler entwickelt nicht direkt von da ist in schweden aber trotzdem das wirkt schon so ist es war la call of duty hier ein studio anderes studio und alle kotzen den gleichen brei aus und irgendwie kann ich es richtig haben vor allem ich denke so battlefield vier ich meine es ist nicht so richtig lang draußen gefühlt okay seit november oktober klar irgendwie schon wieder ganze weile aber braucht es wirklich schon wieder neues battlefield ich bin der meinung nein ich finde sie sollten erst in battlefield 4 richtig noch fixen also da gibt es immer noch genug probleme ich habe es in der weile nicht gespielt deswegen ich nicht weiß wie weit es gerade jetzt so ja noch was dazu gekommen ist aber es hat auch kein neues update runtergeladen bei mir deswegen fürchte ich mal dass gerade die sachen netcode probleme performance einbrüche bei mir und so weiter immer noch nicht richtig gefixt sind und das finde ich geht einfach nicht und dann schon ins nächste spiel rauszuhauen ja das liegt also call of duty die mäßig auf mich dann premium wahrscheinlich wird es für hardline auch wieder premium geben und wieder die ganzen dlc ist ich meine bf3 hat es noch zwei jahre gedauert bis die dlcs alle durch waren in bf4 dauert es schon ein jahr und hardline wird es wahrscheinlich auch nicht anders sein weswegen ich mich da auch es garantiert mich mehr hypen lasse zu diesem spiel und das spiel auch nicht vorbestellen werden und mir auch nicht direkt premium zu anfang kaufen werde sondern erst wenn die ersten dlc sind draußen sind und ich denke für mich entschieden habe dass es sich lohnt für mich ob ich kaufen werde werde ich dann entscheiden danach welche ersten testvideos gesehen habe wie es dann gerade läuft und wie es funktioniert das spiel und ob sich tatsächlich lohnt ja das ist mein senf zu battlefield hardline zum szenario finde ich eigentlich ganz interessant mal erfrischen ein bisschen anderes klar so richtig neues szenario natürlich nicht für battlefield aber schon und wir haben jetzt wieder so um die vier so größere schlachten auf conquest ja fokussiert was mir persönlich auch nicht so zusagt und hardline soll ja wieder so eben kleiner so stadtmaps mit mehr infanterie und so sein das sagt mir an sich schon zu deshalb wenn es halt nicht verkackt wird wenn die server funktionieren wenn netcode funktioniert wenn der ganze scheiß funktioniert dann könnte das spiel echt gut werden finde ich aber ja das ist halt die frage also mein absolutes wunsch battle field wäre jetzt neben bad company 3 dass ich mir absolut wünschen würde oh gott das wäre so geil allein schon der cliffhanger end der story dass sie über alaska kommen falls es noch jemand ich hoffe ich habe es keinen gespoilert aber ich glaube das spiel hat bisher jeder gespielt das spielen wollte klar ich glaube es soll irgendwie der multiplayer sein der anknüpft und brechen ist in schneemaps aber ich will der story ich will dass es da weitergeht ich will mit dieser chaos dropper wieder meine story spielen das ist auch das einzige battlefield in dem mir wirklich die story spaß gemacht hat also mit company 1 und 2 das ist tatsächlich so die anderen battlefield stories naja muss nicht unbedingt sein hardline bin ich braucht es auch keine story könnte sie gerade weglassen werde ich sowieso nicht gerne spielen daher würde mich sehr freuen wenn das spiel nicht verkackt wird und gerade die neuen gamemode klingen ja interessant also würde ich auf jeden fall mein senf dazu ist ich bin noch sehr skeptisch ob das tatsächlich was werden kann aber ich hoffe irgendwie dass das wird aber ja mein absolutes battlefield habe ich es ja gar nicht gesagt wäre einfach 1942 nur aufgelegt das ist mein traum flugzeugträger fahren schlachtkreuzer fahren u-boote fahren riesige maps das wäre für mich dass das wäre so geil einfach ein richtiges schönes oldschool zweiter weltkrieg battlefield ja zweiter weltkrieg war mal ausgelutscht dieses thema aber inzwischen ist modern setting ausgelutscht und zweiter weltkrieg irgendwie nicht mehr deswegen ich würde mir zweiter weltkrieg wünschen wobei natürlich die sache ist mit dem ganzen customisenden waffen und so ist da natürlich auch nicht so gut möglich ja so viel zum battlefield hardline ich weiß nicht also ja gespannt so bf3 was halte ich eigentlich von diesen gratis vergaben von origin irgendwie nicht so cool weil natürlich man bekommt was gratis gut ich habe es bf3 schon aber zb pflanzen gegen zombies game of the edition gerade auch kostenlos und sowas zum geschenken kaul schwein ins maul aber es hat einen faden beigeschmack nämlich wenn man bf3 komplett kostenlos bekommt dann zieht das hacker magisch an und wenn man so beim bettelok vorhin schaut und so dann sind da dann gibt es wahnsinnig beschwerden über hacker ich wurde auch schon als hacker als wieder bezeichnet als ich gezockt habe und das ist mir vorher in battlefield total nie passiert dass ich als hacker bezeichnet wurde dass das gab es irgendwie das thema für mich nicht und es ist plötzlich da das problem ist dass es kostenlos gibt wenn ich jetzt ein hacker wäre rein potenziell bin ich natürlich nicht dann würde ich mir jetzt wenn es kostenlos ist weiß ich 50 accounts anlegen und wenn einer gebannt wird scheiß drauf und das ist das problem daran deswegen ich finde dass es günstig verkaufen sollten vielleicht für ein zwei euro aber ganz kostenlos halte ich da eben für schwierig weil es eben hacker magisch anzieht natürlich ist schön jetzt kann man gerade nuns farben also es sind ja lauter lorangs drin in der runde hat man gesehen da war zum beispiel ein typ im gegner team der ist plötzlich übel abgegangen lorank ich schätze mal dass es entweder ein spieler war der ein zweiter account angelegt hat und sich das kostenlos auch geholt hat weil sonst für den also wenn er wirklich neu war und vorher noch kein battlefield gespielt hat dann dann war er nicht letzte dann hat er irgendeine no recall irgendwas angehabt aber vielleicht war es auch einfach nur ein guter spieler der sich einen zeit account angelegt hat der so über auf den sach gegangen der typ weil sonst war ich nämlich als meinem team war ich mit abstand der beste spieler gut ja lauter lorangs der haken als sache ist halt wenn lauter noobs reinkommen die spielen halt auch wie noobs klar habt ihr ein gegnerteam voller noobs die ihr abfarmen könnt aber euer team geht halt auch nicht richtig auf die objectives macht keinen druck oder trifft nicht richtig und das ist genauso ein problem daher geil ist es natürlich immer ein squatter zocken kann und dann alle in rush weg holt ich spiele ihr seien crossing ja rasch ich bin ja ziemlich gut abgegangen eigentlich am ende geht es glaube ich auf 16 60 18 raus oder so gut klar das geld liegt 25 minuten das werde ich euch ja nicht ganz zumuten so lange weil ich euch nicht am stück zu labern aber da das für mich der beigeschmack von kostenlosen gaben für multiplayer spiele das zieht halt hacker an genauso wie free to play spiele hacker anziehen und das ist ein kleines problem und es hat für mich auch irgendeinen beigeschmack dass halt ea versucht die leute ist noch zu geiern die sich sonst nie gekauft hätten und all die halt noch premium zu verkaufen weil premium gibt es ja nicht kostenlos dazu und auch nicht vergünstigt was auch wieder ja also klar jetzt beschwert er sich wieder dass irgendwas kostenlos bekommt was ist es eigentlich für einer ja ich denke ihr könnt glaube ich meinen standpunkt ganz gut verstehen warum es für mich so ein zweischneidiges schwert ist und ja klar so viele nubes im game irgendwie macht es spaß hier wegzuholen aber irgendwie ist halt auch nervig ja schreibt mir in der kommentare was ihr euch von battlefield 4 hat battlefield 4 hat dann sage ich schon einfach nur battlefield hardline erwartet was ihr davon haltet wenn so multiplayer spiele kostenlos rausgegeben werden und allgemein was ihr als nächstes video sehen wollt ich bin mir nicht sicher ob ich jetzt noch ein b4 wieder bringen sollen gerade macht es viel um keinen spaß bf3 videos keine ahnung oder mal schauen was ihr sehen wollt ich weiß dass drei wollte ich ja schon auch mal zocken habe ich noch nicht gemacht aber ist alles auch eine option schreibt es in die kommentare lasst mir auch ein feedback da ob dieses video euch gefallen hat würde mich sehr freuen bis zum nächsten mal euer fluss bis zum nächsten mal